Okay, Leute, es geht weiter. Präminis Vanga, der im Hirschpark entführt wurde, ist plötzlich in Tokio aufgedacht. Dennoch bleibt sein Verschwindung der letzten Tage ein absolutes Rätsel. Hmm, sie haben ihn schnell wieder gefreigelassen. Es hat die Allies Akademie vor. Oh nein, ich hoffe, sie haben in ihrer Mutterschaft keine gruselige Experimente an ihn gemacht. Sagt sowas nicht. So, so, wie ich sehe, habt ihr euch mit den, mit den, was, den geringsten Fan, äh, nicht den geringsten Fan, das so? Herr Smith, was machen Sie hier? Ich untersuche die Entführung des Premierministers, äh, Entführung des Premierministers. Die Spur verläuft aber hier, hier im Sand, aber im Sand, so. Scheinbar weiß die Polizei nicht, warum sie den Premierminister haben gehen lassen. Das wird mir am besten heraus, wenn wir ihn direkt fragen. Stimmt, er sollte jetzt mehr als sonst irgendjemand über Alice wissen. Vielleicht erhalten wir von ihm neue Informationen. Was, ihr wollt mit dem Premierminister reden? Ich weiß nicht, ob ihr Kinder eine Chance habt, einen Termin zu erhalten. Richtig, Tori? Tori? Aha, jetzt richtig. Du kommst mir bekannt vor, du bist die Tochter des Premiers. Mann, dann habt ihr bestimmt eine Chance. Tori, ist das, äh, Tori, ist das nicht großartig? Du wirst deinen Vater wiedersehen. Ich möchte, dass ihr, dass ihr ihn ohne mich trefft. Was? Wieso? Wie konnte ich ihn in die Augen sehen, nachdem ich ihn nicht retten konnte? Ich kann ihn erst wiedersehen, wenn Alice besiegt ist. Ich zeige euch wenigstens den Weg. Lasst uns gehen. Und sie scheint nicht jemand zu sein, der seine Meinung schnell ändert. Ah, verstehe. Ich finde es verdächtig, dass die Aliens, äh, das Aliens, den gerade einfach so gehen lassen. Hoffentlich steckt da nicht mehr dahinter. Wie auch immer, ich werde mir nicht die Chance entgehen lassen, den Premierminister zu treffen. Ja, ist klar, Autogrammstunde. Yay. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, klar, Dankeschön. Äh, Block. Oha, wartet. Ja, ich hab gerade das Geld beendet. Tut mir leid. Äh, das hat mir der Abschied vom Axel halt alle ziemlich mitgenommen. Jetzt liegt es an, mit unserem Käpt'n das Team wieder aufzumotern. Ob Mark der Aufgabe gewachsen hat? Unglaublich, dass Trainer Nina Axel aus dem Team geworfen hat. Wieso ist es eher der einzige, der mal einen Kommentar dazu gibt? Oh, hier sind Menschen auch noch da. Okay, wenn Menschen da sind, dann werde ich ein bisschen quatschen gehen. Dem habe ich schon geredet, da ist aber jetzt ein Mensch. Okay, und du? Ich hab Premierminister Merkert hier im Hirschpark gesehen. Er hat eine gute Figur gemacht. Er sieht fast wie ein Edelmann aus. Aus dem ist er sehr abgetriebt. Wieso habe ich ihn mal... Ähm, okay. Okay. Ich will endlich damit trainieren. Meine Fresse. Wenn ich damit trainieren kann, dann fick ich jeden. Ein Hirsch. Anscheinend gibt es da nichts mehr. Okay. Dann raus mit mir. Den, 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 den... Äh, zur Karte. Geh nach Tokio zurück und trifft die... Ach, Tokio? Warum ist er wieder? Äh... Hallo, kann ich Ihnen helfen? Ja, komm, hör auf zu reden. Hör auf zu reden, Mädel. Ich hasse dich sowieso. Okay, wir müssen noch zur Karte. Was mach' ich da? So, Tokio. Kommt mal alle her. Ähm. Oh, seht euch mal den ganzen Reisbüllchen an. Die sind lecker aus. Hihi, wenn ihr ein überragendes Team werden sollt, braucht ihr eine Menge Energie. Danke, Sylvia. Lasst es uns schmecken. Halt, erst müsst ihr noch eure Hände waschen. Schon gut. Njam, 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 njam. Die sind lecker. Ja, das schmeckt klasse. Njam, 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 njam. Langsam, ihr Askel. Seid nicht so gierig. Es ist genug für alle da. Nicht viel Rollzeit, nicht viel Roll. Ich habe dir etwas zielgebracht, Mark. Oh. Huch, dieses Reisbällchen sieht komisch aus. Das ist von mir. Du musst es ja nicht essen, wenn du nicht willst. Oh, ähm. Naja, die Form ändert ja nichts am Geschmack, nicht wahr? Ich wette, es ist köstlich. Oh, es könnte sein, dass ich zu viel Salz reingetan habe. Nein, es ist köstlich. Dann mach nicht so ein Theater. Hier hast du etwas Tee. Mark, wie unhöflich. Das hat schon alles gesagt. Hey, Tori, du kannst deinen Vater bald wiedersehen. Ich, ich... Ich habe es euch gesagt. Ich werde meinen Papa nicht wiedersehen. Hm, Papa? Ich hoffe, dass es Vater gut geht. Was machst du gerade, Axel? Ähm. Ja, Axel ist ja nicht da. Vater. Nelly. Ja, Mark. Wie lange hast du es schon zugesehen? Was ist los, Nelly? Du siehst deprimiert hast. Hast du etwa über deinen Vater gesagt? Äh, das hat nichts mit dir zu tun. Ich bin nur etwas besorgt. Das ist alles. Was, wenn Elias wieder zu Raimo Junhai kommt? Vater kann manchmal sehr leichtsinnig sein, weißt du? Er wurde sogar während der Football Frontier schwer verletzt, als er wegen Royal... ...I mean, way done, ermittelt hat. Dann lass uns, äh... Dann lass uns gehen und ihn besuchen. Was? Wir haben keine Zeit für diesen sentimentalen Unsinn. Aber du machst dir Sorgen um ihn, oder? Es wird dir gut gehen, ihn zu sehen. Mark! Hey, Mark, komm mal her! Was ist los, Tori? Du machst einen Gang Gang. Hey! Mark, manchmal machst du mich... Vater? Manchmal machst du mich so richtig geil. In Ordnung, Leute. Wir sind schon fast am Parlamentsgebäude. Müssen Sie auch mit dem Premierminister sprechen, Herr Smith? Ja, es gibt ein paar Dinge, die ich Ihnen fragen möchte. Da habe ich ein Autogramm. Wer hätte gedacht, dass wir mal den Premierminister treffen würden? Er ist der wichtigste Mann vor allem, oder? Ich bin so nervös. Premierminister ist... ...Stavod, äh, ist das... ...Stavod? ...Stavod, dann gehört. ...Stavod, anpacken für unser Land. Er ist ein beliebter und junger Mann. Man nennt ihn jetzt auch manchmal Vanguard, Hüter der Geländmöchtigkeit. Achso. Oh, der Vater ist ganz schön wichtig, Tori. Ja, ja. Hey, alle zusammen, wir sind da. Okay, wir sind da. Ach, die Secret Service. Victoria! Papa! Oh, Papa, du bist es! Ich dachte, du wolltest ihn nicht sehen. Victoria! Ich dachte, ich wollte ihn nicht sehen. Du, ich und Kevin passen richtig so gut zusammen. Okay. Papa, es geht dir gut. Victoria, es tut mir so leid. Es tut mir leid, dass du wegen mir Sorgen gemacht hast. Papa, was ist passiert? Sie haben mir eine Sonne in den Arsch geschoben. Nein! Ich kann mich nicht erinnern. Echt? Du musst dir keine Sorgen machen, Tori. Hier mit mir bist du in Sicherheit. Nein, Papa, ich werde mit Mark gehen. Wir werden die Ailis-Akademie schlagen. Was? Unmöglich. Das ist viel zu gefährlich. Papa, was ist mit dir passiert? Warum bist du so aufgebracht? Es ist zu gefährlich. Ein schreckliches Unheil erwartet Japan. Nein, die Welt. Dann ist es umso wichtiger, dass ich der Raimon 11 beitrete. Wenn so etwas passiert, möchte ich mich nicht hinter den anderen verstecken. Bei Victoria, du bist doch nur ein... Nur ein Kind? Hm. Eins sage ich dir. Mark und sein Team werden es schaffen. Sie werden die Ailis-Akademie schlagen. Ailis-Schlagen? Du musst Mark Evans sein. Jawohl. Hm. Menschen wie dich gibt es nicht oft. Danke, dass du auf meine Vittilie aufpasst. Keine Ursache. Ich bin froh, dass ich mit ihr Fußball spielen kann. Und noch andere Dinge machen kann. Ich liebe Fußball. Deswegen werde ich nicht zulassen, dass Ailis Fußball als Waffebündnis braucht. Deswegen treten wir gegen sie an. Ja, du hast recht. Ja, deswegen müssen sie aufgehalten werden. Danke, Mark. Was? Ich werde alles tun, um euch bei eure Mission zu helfen. Aber auch ihr müsst alles geben. Jawohl, wir werden sie nicht enttäuschen. Ailis wird uns nicht noch einmal besiegen. Sehr gut. Ich denke, Victoria ist bei dir in gutem Held. Ich zähle auf dich, Mark. Bitte nimm die Tour auf deiner Reise mit. Natürlich. Sie ist immer willkommen. Danke, Papa. Mark, ihr alle. Vielen Dank. Halt mal her. Ich hoffe, ihr habt lange Unterhosen eingepackt. Denn wir fahren in den Norden. Nächster halt. Hokkaido. Ach, da treten wir den geilen Typen. Ich weiß schon, wen. Hokkaido? Das ist meilenweit entfernt. Was machen wir denn dort? Oh, es ist kalt in Hokkaido. Ich mag die Kälte nicht. Hellmann hat mir gesagt, dass es einer der starken Stürmer an der Alpine Junior High gäbe. Jetzt, da Axel nicht mehr im Team ist, brauchen wir einen neuen Stürmer als Ersatz. Einen neuen Stürmer? Was? Erst werfen sie Axel aus dem Zimmer und jetzt wollen sie ihn einfach ersetzen? Gehen wir? Papa, ich bin bald zurück. Viel Glück, Viktoria. Viel Glück euch allen. Also los, brechen wir auf. Er ist also ihr Vater, hm? Hm. Stimmt etwas nicht? Oh, es ist nichts. Ich habe nur an die Zeit gedacht, in der ich genauso leidenschaftlich und zielsträubig wie Mark Evans war. Das sind sie immer noch, Herr Premierminister. Hehe, es ist nicht einfach, wissen Sie? Ja, es ist nicht einfach. Entschuldigung, Herr Premierminister. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Ich will gerne Ihnen was zeigen. Und wer sind Sie? Ah, wie ohne Fliefe von mir. Ich bin Ermittler Smith von der Polizei. Ich bin sehr erleichtert, dass Sie unversetzt sind. Ich bin auch recht erleichtert darüber. Ich habe mich gefragt, ob Sie uns wirklich nichts über Ihre Zeit bei der A-List Academy sagen können. Es ist so, wie ich jetzt gesagt habe, ich erinnere mich an nichts. Ich verstehe, naja. Da kann mir wohl nichts, äh, nichts ändern. Ich wollte mir sicher gehen. Smith, nicht wahr? Ermittler Smith. Ich weiß nicht, was Sie von mir denken, aber... Ich muss Sie warnen. Das ist etwas Furchtbares, das ist etwas Michtiges, das weit über unsere Forschungskraft hinausgeht. Und das kommt direkt auf den Zug. Vielen Dank, auf Wiedersehen, Herr Premierminister. Du siehst heute meinen Schwanz nicht. Eine Sache noch, bevor Sie gehen, Herr Smith. Ja? Die Trainerin der Raimon-Elf, habe ich Sie schon einmal irgendwo gesehen? Vielleicht bei einem Fußballspiel? Nein, ich bin sicher, ich habe Sie ja woanders gesehen. Wo war das? Vielleicht... Unsere Suche nach einem neuen Stürmer führt uns nach Norden. Zeig uns, was du drauf hast. Hm? Er wirkt irgendwie verändert. Erfahre mehr in... Der Star aus dem Norden. Janus, wir kommen! Erfahre mehr in... Vielen Dank.